Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, jetzt habe ich hier wieder welche bekommen. Ich hatte eine Zeit lang keine bekommen, aber jetzt sind sie wieder da. Und da wollen wir heute mal reingucken, was für Karten wir da auch heute drin haben. Schauen wir gleich mal in das erste Paket rein. So, da haben wir Überfall Raptor Bereitschaft. Das ist eine Fällenkarte. So sieht die aus. Dann haben wir Polymer Saison, eine Zauberkarte. Dann haben wir Sterndeuter Magier. Ja, und das war es schon mit dem ersten Booster. Dann machen wir das zweite Booster auf. Schauen wir da mal rein. So, dann haben wir hier als erstes den zauberdeutenden Magier. Zweitens haben wir Mozartra, die musikalische Marestra. Und wir haben hier so eine Glitzerkarte. Edelsteinretter Meister Diamant. So, und wir machen das letzte Booster auf. Und schauen da rein. Und wir haben Künstlerkumpel Peitschenschlanger. So, und dann haben wir Zeitdeutender Magier. Und wir haben die Fatomreiter des Schattenschleiers. Aha, auch so eine Glitzerkarte. Okay, das waren die drei Booster. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Auf Facebook, auf Google+, auf Instagram, auf Twitter. Wo immer ihr wollt. Ich sage erstmal, danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.